ok da bin ich wieder ich hoffe ich bin wieder da zu sehen zu hören alles gut ok sie gut aus bei mir ok wunderbar geht halt wieder und nicht zu ende nein 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 nicht zu ende wir machen weiter die tajan zuerst mal kurz zu teilen auch warum nicht den hype train im mode den ich dank euch freigeschaltet habe so ja was soll das denn jetzt wieder jetzt versteht ja lust ist der stream zu sehen bin ich zu sehen bin ich zu hören abgebildet ok ok weil bei mir mir sagt also obs sagt mir alles gut wird sagt mir nicht gut eine andere seite sagt mir alles gut ich keine ahnung ich vertraue ich mag also die werbung spiel gleich ab ich will gleich vorziehen noch vor sich und spiel sowieso ab und danach geht es weiter direkt ja ok das finde ich interessant ich kann noch keine werbung abspielen sagen die mir steht aber werbung beginnt in 28 sekunden das finde ich sehr interessant aber wenn du meinst aber wenn du meinst erscheint dann kein werbung abzuspielen weil sie neu ich bin so mal gucken ich mache jetzt einfach mal gleich weiter falls sie doch nicht ok werbung beginnt in kürze von wegen bitte kürzer ok ich glaube ich habe ich habe kaputt gemacht glaube ich bei mir gerade wie auch sei kommen wir weiter hallo würdest du mich ich bin ja kein scherz ich kann nicht steuern ich muss nochmal neu starten das level ich weiß nicht was das war aber ich konnte nicht machen überspringen mal die katzen so 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 ich habe mir so zwei reicht es auch zu oder ja okay praktischerweise wollen die mich jetzt das heißt von links von der auch kommen okay da hat es hingehauen ich war bloß verwirrt habe jetzt gedacht weil er zeichnet von rechts okay dann kommt der wenn er rennt man nur von rechts vielleicht ist im spiel was mit dem ton falsch und ich habe überlegt mache ich jetzt links zu mache ich jetzt zu ok der kann auch von links kommen und erst mal noch mal vielen vielen dank blatt eis für die 100 bits automord warum okay die nachricht erlauben wir mal bitte ich würde gerne wissen warum hast du da warum hat der automat jetzt das wort abo mochte er nicht so ok auch interessant hat man noch ein abo oder habe ich irgendwas nicht da hätte jetzt jungen verpasst noch mehr ok weiter weiter versuch ok wenn er rennt aufs gehör verlassen was doch Nein, von rechts. Ja. Nein. Oh. Okay. Ah, verdammt. Ah, der ist eins weiter. Bis heute so spendabel, das ist aber echt wie von dir. Von links. Genau, das ist gut gewesen, das ist noch nicht weiter. Links. Okay, links ist two. Okay. 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 bis 6 Uhr wieder oder so hat. Die Schwierigkeit im Sinne ist die Verwirrung, dass man nachdenken muss auf welche Kamera, welche Tür ist. Nach ein paar Versuchen schaffst du das, okay. Du musst was tun, um die Nacht zu überstehen. Die Zeit existiert in dieser Nacht nicht. Oh, das war toll. Okay. Dann versuche ich herauszufinden, was ich tun soll. Bis jetzt habe ich gar keine Ahnung. Ich muss schon, dass wir das eingebaut haben. Nein. Bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt. Nein. Bis jetzt rein. Okay. Okay. Ich hoffe es. Ich verstehe nicht ganz. Ups. Bis jetzt. Das ist dann. Okay. Sehr gut. Undis. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Halt mal so einen Start zu sehen. Leben jeder Frau oder Mann. Leben jeder Frau oder Mann ist. Dessen Herz ist rein und keine Ahnung. Warte mal. Ich hatte ohne Grund so einen schönen Befehl. So. Leben jeder Frau oder eines Mannes. Das Herz davon ist rein und heilige Freude. Interessante Ausdrucksweise. Okay. Ach, jetzt habe ich es. Okay. Nee, nee. Ich habe es begriffen. Ich habe Golden Freddy auch gefunden. Super. Super. Das war Freddy. Links. Ah. Bei dir ist es schon weg. Von links, okay. Ja. Lass mich raten, wenn Freddy es einmal nach oben geschafft hat, muss man den erst wieder zurücksetzen. Ach du Scheiße. Das ist links, okay. Alles gut. Jetzt ist rechts auch in A. Ach, der ist schon da dran zu spät. Ja, da habe ich hier drauf geachtet. Schön, dass die mir jetzt das sagen, wo ich schon weiß. Zwölf Mal. Zwölf Mal. So Freddy ist jetzt zufällig mal oben. Wichtig ist dann nur, dass du wegschaust, sobald der Kopf da rumschwebt. Okay. So habe ich hier sehen. Welches Feuer? Warte mal kurz. Ich muss den Zwölf Mal treffen. Das Haus wird dann auch immer und immer mehr Feuer fangen. Je mehr das Feuer bei dir ist, desto näher bist du am Ende der Nacht. Okay. Wenn Freddy ist jetzt zufällig mal oben. Wichtig ist, dass du wegschaust, weil der Kopf da rumschwebt. Okay. Dann. Weiter. Okay. Die Bits! 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 Okay, okay. Take it easy on the counter, will ya? Vielen, vielen Dank für die 45 Spittis. Auch in der... Die Bits! 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 Wir holen ja nächste Woche weiter! W CR wiek?! Wir könnten auch sich gerade ja nächste Woche beim heroin底 abprobieren neben ein paar anderen es sind jetzt die Bits nochmal die kommt noch nachträglich jetzt alle rein F FP quiere raus aber es landet alter drin so durchatmen und zum abschluss noch ein sieg in stream wäre das was wärs doch im 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 So, dann würde ich mal sagen, schicke ich euch mal irgendwo hin, wo es auch mit Horror weitergeht. Oder nein, der macht auch gerade Schluss, okay, auch schön. Mal gucken, nicht, dass der, das hatte ich auch schon mal, nee, okay, zu mir geht es nicht. Ja, schon zu Ende für heute. Also, ich höre auch Feierabend machen und morgen kann es sein, dass das Team sogar vielleicht ausfällt. Kann ich nicht so ganz garantieren, kann sein, dass er kommt, kann sein, dass er nicht kommt. Falls es morgen kommt, setzen wir einiges Minecraft dran, das schieben wir mal auf Dienstag. Da, vielleicht ganz die Woche ein bisschen mehr Super Mario, da Jobs aktiviert worden sind. Und ich wusste nicht, dass du hell sehen kannst, Charlie. Genau, den habe ich rausgesucht. Also eigentlich nicht jemand anderen, den hat er als Backup jetzt, aber, ja. Nee, schicke ich euch dort hin, gerne. So, ich wünsche euch dort dann bei Bard und auch viel Spaß. Er spielt gerade MeTorch Prime. Ja, nicht so mein Spiel, aber ich hoffe, euch gefällt es dort trotzdem. So, aber erstmal wollen wir gucken. Zum Schluss noch ein Sieg ergattert. Die Gewinne einmal verteilen und... ! ein abo und für deine 23 für deine drei geschenk abos rechtlich sehr und deine 145 bis dann einmal danke an christ für ein happy und es war viel dank dafür die werden auch alle abonnenten und bis 20 abspann angezeigt das ist ja etwas schon vor wird man schon vor wird man habe ich nicht wirklich guckt immer ich habe mir so eine schöne intelligente liste gemacht mit einer erweiterung versuche ich dem frau das heißt die den hat und bado hat sie nicht ich hätte ihn also eigentlich nicht gewählt aber ich kenne ihn auch also habe ich auch schon mal gewählt hat mal oder ich finde auch noch eine gute nacht viel spaß bei bado und wir sehen uns am morgen oder weniger sehen wir hören uns am morgen mit ein bisschen super immer royal mission auf den weit starten ach das hat das kronix ist er auch seiner stillen ecke zurückgekehrt ja aber ja bis morgen ein 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.